Yo, hi Leute! Heute gibt es die nächsten vier coolen Gegenstände, die man in Minecraft locker und flockig mal bauen kann. So, wir benutzen das oder haben das ganz normale Texture Pack hier immer für benutzt. Jetzt schauen wir uns doch mal die Nummer 1 an. Was haben wir denn hier? Vielleicht habt ihr schon erkannt, eine Kamera, ja, eine Fernsehkamera. Die sieht sehr detailliert aus, die gefällt mir persönlich auch sehr gut, ist die beste, die ich jemals gesehen habe. So, ich fahre mal so ein bisschen rum hier. So, ja, ich denke mal, da braucht man nicht allzu viel erklären. Man sieht es ja, wie sie gebaut ist, ganz recht und einfach. Hier unten hat man halt so einen Kolben, dann hat man ein bisschen Redstone drunter, dass der Kolben so nach oben zeigt. Und dann setzt man einfach hier zwei Kohleblocke drauf. Und ihr seht ja, was rundherum ist. Hier vorne, das ist auch einfach ein ganz normaler Kohleblock oder ein Dings hier, ein Bedrock-Block kann man hier auch reinsetzen. Das ist dann die Linse von der Kamera. Ja, dann Repeater oben drauf, ein paar Hebel. Hier, die Hinterseite, einfach hier so ein Gegenstandsrahmen mit so einem weißen Glas rein. Gut, das wäre dann die Kamera. Und das braucht ihr alles dafür. Ihr braucht dafür, ähm, ach, wie heißt denn das jetzt hier? Jetzt komme ich nicht drauf gerade hier. Ähm, jetzt muss ich mal gerade selber gucken. Ach, natürlich ein Zaun. Ein Fichtenzaun. Ist das ein Fichtenzaun? Schaue ich mal. Ne, Eichenholzzaun ist das. Ach Gott, diese ganzen Holzsorten. Dann ein Redstone-Block, ein Hebel, Repeater. Dann eine Steinstufe. Dann ein Kohleblock, ein Schalter. Ein Gegenstandsrahmen, ein weißes Glas und einen haftenden Kolben braucht ihr für diese schöne Kamera. Also wenn ihr ein Filmstudio habt oder ein Stadion oder was ganz anderes, wo auf jeden Fall Kameras nicht fehlen dürfen. Eine Rennstrecke zum Beispiel. Da finde ich diese ganz geil, diese Kameras. So, dann kommen wir mal zu Nummero 2. Was haben wir denn hier? Die Tischtennisplatte. Ja, die Tischtennisplatte. Das ist die erste Tischtennisplatte, die ich gesehen habe. Ich habe vorher noch keine Tischtennisplatte gesehen und ich fand die, ja, ganz einfach und gut gelungen. Ihr seht es ja, hier haben wir einfach diese, ist das jetzt auch Fichtenholz? Ne, das ist jetzt Eichenholzzaun. Nimmt da einfach Eichenholzzaun, macht dann diese vier Beine dahin, lasst ein Block hier in die Mitte frei, setzt dann hier mittig vier, äh, ne, drei, ähm, Dings hier. Ach man, heute habe ich aber einen Sprachfehler. Drei Schilder in eine Reihe, lasst da wieder einen frei und dann halt wieder die Beine. Immer ein Block hier in die Mitte frei. Da unten dieses Weiße, das sieht so ein bisschen komisch aus auf dem Boden. Auf dem Grasboden erkennt man es nicht, aber es sind einfach Fähden nicht gezogen habe, damit auch diese grünen Teppiche überhaupt Platz finden hier drauf. Dann könnt ihr natürlich die ganzen grünen Teppiche hinsetzen, wenn ihr das mit Fäden verbunden unten habt. Ja, und das sind halt diese drei Sachen, die ihr dafür nur benötigt. Ein grünen Teppich, ein Schild und ein Fichtenholzzaun. Fichtenholz, Eichenholzzaun. Ich kriege es in dieser Folge nicht mal hin mit dem Holz. Auf jeden Fall gefällt die mir auch ganz gut, es ist recht einfach zu bauen. So, da kommen wir jetzt zur Nummero drei. Ihr seht es schon, ein Grill. Ich finde, so ein Außengrill muss man schon haben, wenn man ein schönes Haus hat. Und dieser Außengrill, der passt auch richtig geil dahin. Sieht gut aus, leicht zu bauen. Und dann kann man natürlich das Fleisch auch draufsetzen. Ich wundere mich gerade, wo das Fleisch ist. Ich habe hier Fleisch draufgesetzt. Das kann ich mir nicht bieten lassen. Da muss ich gleich direkt wieder das nächste Fleisch draufknallen. Was nehmen wir denn heute mal? Wir nehmen mal gebratenes Hammelfleisch und schmeißen das einfach hier so drauf, wenn man treffen könnte. So, es hat doch mal gut funktioniert. So, ich finde so bildlich gesehen, sieht das doch richtig cool aus. Einfach, das sind so beschwerte Eisenplatten müsste das sein. Ja, beschwerte Druckplatte ist schwer. Dann einfach so ein Eisengitter, Eisenfalltür. Dann habe ich hier einen Kohleblock drunter gemacht und Feuer einfach reingesetzt. Und ihr seht da, das sind diese ganz normalen Ziegelblöcke, die ich verbaut habe. Einfach ganz normale Ziegelblöcke. Oben dann ein kleines Ziegeldach mit den Ziegeltreppen gemacht. Oben dann wieder ein Ziegelblock und ein Blumentopf drauf. Dann noch ein bisschen diese Netze oben drüber. Das soll halt der Qualm sein, der entsteht, der dann durch den Kamin, ach Kamin, durch den Grill oben zieht. Ja, ich finde das sieht ganz cool aus. Einfach zu bauen und macht viel her. Ja, gut, jetzt habe ich vieles vorweggenommen, was es alles gibt. Da könnt ihr es nochmal alles sehen, was wir dafür brauchen. Ganz easy. Dann kommen wir jetzt zum letzten. Auch zum kleinen Highlight hier. Einen Flipper gibt es hier. So, ich zeige euch den mal. Könnt ihr hier drücken. Dann geht die Flipperkugel rein und rechts oder links und rechts kann dann geflippert werden. Ich finde das recht einfach, aber sieht gut aus. Wenn ihr eine Spielhalle habt oder ein Casino oder sowas, da kann man den ganz gut verbauen. Dann, ich habe mal ganz normal, also ich habe mal Sandstein benutzt. Ich glaube, glätteter Sandstein oder was das? Ja, glatter, roter Sandstein. Die habe ich mal dafür benutzt. Ich würde immer einen Stein benutzen, wo ihr auch diese Stufen habt, weil sonst ist das farblich ein großer Unterschied. Dann sieht es vielleicht nicht ganz so geil aus. Dann habe ich einfach die Blöcke hier gesetzt. Dann habe ich hier diese Redstone-Schienen drauf gemacht. Zwei Hebel, ein Schalter. Ein Bild hingesetzt einfach, was ein bisschen bunt aussieht, was den Bildchen widerspiegeln soll. Oben drüber habe ich ein Schild hingesetzt. Pinball 5000. Ich finde, rundum sieht der ganz geil aus. Der Flipper oder der Pinball-Automat, wie man es nennen möchte. Ja, und hier vorne sind da nochmal die Sachen aufgeführt, was ich gerade erzählt habe. Es ist ganz einfach. Wenig Sachen für so einen schönen Flipper. Jut, Jut, liebe Leute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch dieses Format gefällt. Schreibt mir irgendwelche schönen Kommentare in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, ich stelle vier tolle Sachen vor. Bis dahin. Ciao.